Wettbewerb 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 Greg! Was ist passiert? Wer sind Sie denn? Wer sind Sie? No. Jörg Tarja L受る Heれた Hatten Sie Weil Du Wettbewerb Wettbewerb Das Dunkel Das Problem wir hardware Wettbewerber Wettbewerb Das Pueng Kein Problem, die zittert voll. Nee, nee. Kein Problem. Gemetzel! Es ist nicht schon, ey. Was? Fuck! Ja, so Kombis mit sowas gerechne ich doch nicht. Hallo? Was ist das? Was ist das? Ja! Oh, ich will! Oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Hallo! Hallo! Ich bin die Michonne. Und ihr habt überlebt. Hey! Stopp sie! Wo kommst denn du her? Hey! Bleib dran! Randall! Scheiße! Scheiße! Sieht so aus, dass du unsere Fähigkeiten bekommst. Schönes Job. Mann, du musst mich schocken. Wir sind nur rein zufällig hier. Wir sind nur rein zufällig hier. Interessant. Ich dachte, du warst ein Solo-Aktar. Ich glaube, wir haben dich verstanden. Was zur Hölle ist passiert? Was ist passiert? Jangan spielen, dumm! Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis. Verdammt! Ich weiß, dass Sam hier nicht alles gemacht hat. Ich glaube nicht, dass die irgendetwas versuchen werden. Ich glaube nicht, dass die irgendetwas versuchen werden. Das ist ein Verständnis. Dramatisch. Warte. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Ah, ich bin Michonne. Aber die, äh, Plesentries sind hinter uns. Wir sprechen über was du getan hast. Wir haben nichts von dir. Hör dich! Ich spreche mit deinen... ...kohorten. Ich glaube, wir sind nicht die einzige, die du von dir hast. Schau, du hast dein Backpack. Sieht wie wir dumm. Nicht ganz. Lass uns hier sehen. Eine schöne Machete. Sie handelt die Walkers da hinten. Aber wie bist du gegen etwas, das wirklich zurückfliegen kann? Es ist ziemlich scharf. Enttie mich und ich zeige dir. Ich glaube. Genau. Leg dich nicht mit mir an. Ja. 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 Aber da geht jetzt. Die sind aber auch nicht. Nein. Ich glaube, so sind die Musik zu halten. Aber da fühlt sich anders. Ich bin sehr wie sie. Ich bin bin nicht von dir. Ja. Ich bin zu viel. Hier sind wir. In Monroe. Schick. Sieht gemütlich aus. Sieht scheiße aus, sieht gar nicht schlecht aus. Sieht scheiße aus. Norma, Alter. Soll ich einkaufen gehen oder was? Was wollen die von uns? Sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus? Ich bin gut, Jonas. Ich bin gut. Hier. Ich habe dein Geheimnis verloren. Dankeschön. Ich werde das zurück in der Sickbay. Bist du Norma? Ich hoffe, ich werde dich nicht wiedersehen, Samantha. Norma, ich... Nicht ein Wort. Nicht von dir. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Ich bin gut. 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 Ich blöd. Wir starten in trouble. Anything goes down, and I'm blaming you. Then you don't want that. I don't take orders from you. You should reconsider. I'd say make yourself comfortable, but that's probably not going to happen. We've got to get out of here. They're going to hurt Greg. These people, you don't know what they're capable of. Will you be quiet so I can think? Fine, you go right ahead. Should have never involved my brother in this and now you. Who knows what they're going to do to him? Is normal right? Did you steal the supplies? Well, I didn't steal the duffel bag, if that's what you're asking. Ja, was jetzt? Was wollen die dann von euch? This is my fault. So sorry, I... I was just trying to protect my family, that's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not going to be okay. You're right. This is on you. And you're going to tell Norma that. She's not going to believe me. Then you'll have to be convincing. She won't listen. You see anything we can cut them with? Anything with a sharp edge. Wo ist meine Waffe? So. Ach, wir gucken uns die erstmal an. Sam. Hallo, Sam. Äh, ja. Süß bist du. Ich fand nass dich. Mob Jack. Es ist der Name der Ferry. Ah, echt? Schlaues Ding. Ich werde niemals auspielen können, dass meine Hand rauskippen. Zigaretten, ja schön. Jemand wirklich liebt ihre SIGs. Das gleiche Brand, das in der Duffel war. Ich glaube, die legen euch jedes Mal rein. Packen Taschen, lassen die stehen und behaupten dann, dass ihr die gestohlen habt. Das war schon voll. Wie soll ich es wissen? Ja, und jetzt? Ist hier noch jemand? Was ist das? Schwimmwesten. Sie haben auch die Lebenswesten genommen. Das ist, warum es nichts mehr auf der Ferry gab. Es ist alles hier. Kinderspielzeug. Troy. Hä? Ach, das war doch unterm Bett, dieses Spielzeug. Ganz am Anfang. Da standen doch diese Spielzeuge. Chompy. Chompy, der Dino? Aha. Und das auch hier. Jetzt geht nichts mehr. Morph! Michonne, du hast eindeutig Probleme. Die fühlt sich angesprochen, ja geil. Wie ist denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Die da stehen? Ist das scheiße unterm Bild? Was? Es war unsere einzige Chance, um nach außen zu helfen. Das hat gut funktioniert, nicht wahr? Obviamente, wir waren falsch. Dann haben sie das, was осталось. Das ist, warum diese Sachen hier sind. Das ist, was sie tun. Sie denken, dass sie alles auf der Wasser gewinnen. Alles, was sie finden, sie nehmen. Und wenn man einen Kampf ... ... du kennst, was passiert. Piraten? Sie einfach ... Es ist ... Wenn du kämpfst, sie töten dich. Wenn du jemanden aus dem, was du interessierst, nicht zu sagen, diese Leute eine Sache. Niemand kommt zurück. Die Piste ist los. Ein bisschen mehr, und ich kann frei sein. Wir müssen hier raus. Bist du mit mir? Klar. Wir wollen alle hier raus. Aber schneid dir jetzt nicht ... Ja, putz er dann auf. Ja, da guckst du, wa? Überrascht, wie sie ist. Mal schauen, ob das hinhaut. Randall. Killer, Mörder, Kindermörder. Hier war ich, bereit für eine Kampf. Schönes Arbeit. Wir haben es zusammengehalten. Ich bin ein ... BANG! Boah! Er hat sich voll weggenockt. Und mich getroffen. Ich wusste, du warst gefährlich. Komm schon. Norma will ein Wort.